Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich laufe natürlich weiter rein, da wo die Gegner sind, anstatt... Kein Wunder, dass ich sterbe. Sprinten kann ich scheinbar auch nicht so lange. Wir sind am Ziel, aber anscheinend ist der Eingang abgeschirmt. Finden wir raus, wie wir es ausschalten können. So. 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 So, dass noch Wissenschaftler rausgefunden sind und dann wird es eingenehm. Einer der Schildenergien kann man ausschalten. Oh ja, das war jetzt. Danke. Gut, wieder hier nach vorne. Gut gemacht, Chief, einer noch. Gut, wieder nach vorne. Gut, wieder nach vorne. Gut, das waren die Kerne. Jetzt rauf zur Spitze des Pilots. Yay, Aufstieg. Okay, jetzt erst mal klar kommen. Irgendwo fliegt der so ein Ding, irgendwas nervt. Ich gehe mal außen gucken. Okay. 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 Ich war doch fast rum. Okay. Wo war denn jetzt der Zwischenspeicher? Ja. 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 Okay. 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 Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Okay. 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 Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt hin. Okay. Okay. Tja, tja, tja. Ja, ich werde fett so völlig. Das war's. Das war's. Ich will doch nur eine volle Munition. Ist das denn zu viel für lang, dass ich ihn bin? Das ist... Ah, Schuss. Ich kann... Ah, Schuss. Ah, Schuss. Ah, Schuss. Jetzt hab ich gar keine Munition mehr. Ich habe eine neue Waffe, aber ich sage, ich bin nicht gut. Ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so. Gut, dass hier keine Hunde mehr sind. Ich hab mir einen Korreuerbund gespeichert, es sind also keine Hunde mehr da unter die anderen Wesen hier. Das heißt, ich kann jetzt zu meinem Team gehen. Wir schauen hier neue Sachen auf. Es wird das schämen. Warte mal kurz. Das ist Requiem. Das ist Requiem. Sie sind gar nicht im Kern. Sie gehen auf eine Umlaufbahn. Okay, apropos gehen. Wo muss ich hin? Ah, hoch wahrscheinlich. Gut, geh mir hier hoch. Aber hier lieber. Und in dieses Schlüsselloch. Wo es hinten total hell leuchtet. Oh, ich war schon auf Klo. Oh, ich war schon auf Klo. Oh, ich war schon auf Klo. Das ist die Strahlsteuerung. Ich bin ganz gut. Es funktioniert. Das Signal vom Relais wird langsam deutlicher. Wir haben den Trichter noch nicht erreicht. Die Störung ist noch zu stark, um sie zu warnen. wir müssen den anderen strahl ausschalten bevor sie wie wir reingezogen werden herzlich willkommen bei portal mein name ist grüßig jetzt ich spiele gerne jedes mal flasht mich das wieder hat mich gefragt warum die infiniti noch nicht auf allianz gestoßen ist was suchen sie hier sie bewegen sich auch auf den zweiten külon zu das kann kein zufall sein stehen auf pylonen und starcraft gespielt anscheinend haben die prometianer auch etwas gegen die anwesenheit der allianz das battle net explodiert förmlich mit nachrichten über die gegenwehr rund um den pylon ich mache hier einen scheiß starcraft wird es mit piloten weil die eine rasse die steuer überhaupt dauernd drauf und jetzt kommt hier mit battle net erst nachladen dann munition sammeln so nicht ok nummer zwei ich wünsche mir schon mal viel spaß hoffentlich haben wir noch dann ja Reo, you can't attack me! Könnt ihr euch erst mal zugucken, wie gehts hier? Zeitig! 1 2 3 5 5 6 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 Das war's. So, gemeinsamer Feind. So, gemeinsamer Feind.